Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Left 4 Dead 2 mit meinen Gästen heute, Medic, Sky, und dem Wolf, und wir sind jetzt bei Dead Air, yeah, like Abos, und mit Esperto, ja danke, ja, Esperto ist natürlich auch da, ein bisschen. Ich bin schon im Ladebildschirm. Ah, das wird's irgendwann auftragen. Mit dem größeren Geschwicht, das Medic und Sky gefühlt hat. Wir haben uns angeschwiegen wie sonst was. Und das im Schriftverkehr? Ja. Jetzt hab ich Kopfweh. Und Leute, ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen, weil da habe ich wieder was episches geplant. Nein, nichts Englisches und nichts zum Singen. Aber ich hab wieder mal was, was einfach nur cool ist. Kriegen wir Kekse? Hey, aber ihr dürft gleich ein bisschen euer Gehirn anstrengen. Ok. Ich bin raus. Du warst nie drin. Ich frag mich, wieso denn, dass ich jetzt da bin. Vor allen Dingen, ich möchte das gerne in Deutsch haben, Wolf. Ich glaub, da werde ich vergeblich hier hin. Nein, wir machen wieder in Englisch. Ich glaub, bis zur nächsten Folge werden dann sechs Monate vergehen, bis Wolf seinen Deutschkurs fertig hat. Es gibt keinen Lehrer, der das aushält. Das stimmt. Er kommt das nächste Massaker. Oh, oh. Katana ist meins, Katana ist meins. Du blödes Stück Sche... Mädchenmist. Ich hab das zuerst gesagt. Das interessiert mich nicht. Ich hab's zuerst gesehen. Boah. Was ist los? Granate! Die Lunde brennt! Die Lunde brennt! Wieso? Wenn ich fahr' gehen darf? Wieso? Katana. Hihihihi. 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 Ja, er spiert über die zweite Katana. Hihihihi. 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 Ich geh' einfach. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Dann spring' runter. Nein, tu es nicht! Tu es nicht! Okay, ich spring' runter. Hör' auf mich zu schubsen, das kann ich selber. Spring! Spring! Das tat weh! Es ist immer wieder schön, wie die sich selbst verflügeln. Ja, man guckt gerne zu, ne? Medik, du bist ne Feindeslauger. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ich bin ein Spion. Ja, gut. Ein Neger bist du. Du könntest immer meinen, ob du so ein Problem hast. Oh, bitte. Ich krieg' hier nicht das Wort, Neger. Wenn dann bitte Afro-Amerikaner. Warte, das soll ich nicht. 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 Ja, gib' ich schon. 2.40. 2.40. 2.40. So viel kostest du, oder Medik? Ja, pro Sekunde. 2.40 ist Kunde nicht wert. Das soll ich aber nicht ran. Mir sage ich zu ihm, Lukeanschnitt. Oh Gott. Ich leide nach. Elf. Ich. Boat. Mach' ich bressen. Hunter! Wo ist'n der Hunter? Oder? Tod. Okay. Du bist im Eis halt vorbeigegangen. Ich hab'n auch nicht gehört. Bitte lasse mich mit dem Typen alleine. Weil's dir gefällt. Das könnte hoch und runter gehen. Das muss nicht aufzunehmen. Sonst muss ich nicht aufzunehmen. Ich hab' ihn. Oh Gott, du schaffst. Ahhhh, ich hab' ihn! Oh Gott, du bist er von in ihm. Nein, der hat dich! Ich hab doch von oben gegessen hab ich mich aufgeschossen. Aua. Ja toll, ich glaub es ist auch. Mitständig als Taxi, vielleicht fährt er nicht direkt. Ja, ich hab dich halt nicht an Geld. Warte grad, bis diese Zombie-Auto vorbei ist. Na, oh Gott, hier ist er in der Mitte! Geht's doch gut, Gott! Hinter dir! Drei Zombie schauen nach draußen. Komm rein, komm rein, mach die Tür zu, komm rein, mach die Tür zu, bitte. Sky, los! Ja, schieb mich halt rum. Nein, warte, ich muss Medic nehmen. Ich brauche Hilfe! Wir sollten ihnen helfen! Nein! Verdammt! Das war eine weitere Let's Play-Folge von Left 4 Dead 2 mit meinen Gästen Wolf, Ich brauche Hilfe! Joooo! Medic! Nein! Entschuldigung! Und Sky! Tschüss! Bye Bye! Bye Bye! Bye Bye!